Hey Kinder, was geht bei euch ab? Willkommen zum heutigen CSGO Matchmaking auf Kersch. Ach ja, und heute Abend das Livestream, 18 Uhr. Meine Güte, wie es rennt. Und da dieses Video wahrscheinlich pünktlich erscheinen wird, also um 17.45 Uhr, ist es ja gleich 18 Uhr. Nice. Hoffen wir mal, dass das Team spricht. Hallo Team. Hi, go, ey. Um Gottes Willen. Oh. Oh Gott. Leute, was ist hier los? Der Lemme ist wirklich ganz brutal am Wackeln. Und das wird jetzt wahrscheinlich, äh, ähm, hm. Warum war denn keiner Mitte, what the fuck? Ähm, dritte Runde. Jetzt. Oder nie. Hier ist auch ein Spiel. Alter. Uh. Also, er steht hier ganz gut. Ich habe einen, ah, sehr gut, da ist der Kerl. Main one. Angelo. Ja, auf den Pipsen. Die scheinen echt gerne auf A zu gehen, die Jungs. Komm her, du Sack. Jetzt ist er nicht da. Ich packe es nicht. Ha. I got the bomb. So, Männer, zusammen ran. Zack, zack. Einer hat ein Diffuse. Das sieht gut aus. Oh. Nein. Uff. Das riecht nach einem Riesen-Uff. Hm. Das ist ja richtig haarig. Oh, sehr schön. Kleinen Heller gemacht. Ja. Neußer, Deußer. Alter, eine gibt only Headshots. Alter. Ich glaube, der hat gleich ein Ace, ne? I'm coming. Neußer. Das kann er doch jetzt einfach jede Runde so machen, oder? Einfach immer. Haben wir einen mittel- Ah, er ist auf Mitte. Sehr gut. Ich habe Fläche für uns. No, no, thanks. Ah, ich glaube, Orange ist ein Deutsche irgendwie. Nice, pop down. Wenn wir so ganz langsam anfangen würden zu arbeiten, dann wäre das was. Dann wäre das was. So ein 16,5 kann man sich schon mal gönnen. Oh, Gottes Willen. Auf einmal alle. Na ja, nice. Da ist der eine schon weg, der Lowboy. Komm. Den Rest habt ihr auch. Die haben nichts. Die können nichts. Die haben nichts. Die stinken nach Kacke. Nice. Sehr gut. Nur noch einer. Na also, alle. Alle fort. Er könnte fügen. Dröppel die Pöpp. Main push, sagt er. Okay. Oh nein, er rennt hinten die Leute rein. Shit. Shit, 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 shit. Die machen echt schöne Go's. So richtig zusammen. Oh. Fast zusammen. Oh Gott, der ist schon durch. Oh nein. So, komm. 4-8 ist nicht tragisch. Und die Chance besteht ja, dass die bei City einfach zu lappen werden. Mal, weiß nicht. Södele. Leute. Alle noch mal aufs Side. Alter, what? Ich hab aber auch ein Riesenpech. Haha. Um Gottes Willen. Man, das Catwalk. Catwalk. Er ist down. Na also, endlich. Was ist sowas von in Deutsch? Der Kerl. Er ist down. Er fragt, wie wir das verloren haben. Wir haben direkt zwei verloren. Main down. Wir brauchen schnell die Bombe. Wir brauchen ganz schnell die Bombe. Are you coming? Gottes Willen, Alter. Wie Purple sich bepisst. Weißt du, er hat durchgehend diese ultimativen Luck Rounds, wo alle um ihn herum sterben, nur eher nicht. Und er dann noch ein paar Fraxel, die nichts wert sind. Und dann, äh, quengelt darum, er quengelt schon die ganze Zeit. Irgend so ein Lauspub, der mit Go angefangen hat. Weißt du, den man überhaupt nicht ernst nehmen kann. Das ist echt ein harter Knochen hier. Das ist ein richtig harter Knochen, das Ding. Immerhin sind wir bis auf Purple, die Mekalise so ein bisschen am, äh, intim zusammenspielen. Also, es wird getalkt, es wird, äh, befolgt. Da wird geboostet, bummsack, also es, äh, es läuft. Oh shit, squeaky one through. Boah, electric. Schade, Mann. Oh, Force wollen sie, okay. Shizzle, my whistle, p-dizzle. Also, ich gehe jetzt direkt Richtung B und schau mal, was der AWP so machbar ist. Nichts, okay. Haben wir jetzt wirklich ein Ego vor, meine Herren? So. Jungs, habt ihr wüsst einen, einen Schritt machen, genau. Nice. On side one. Nice. Alter, ich hab dieses abnormale Pech, das ist echt nicht wahr. Ich sammle die ganze Zeit, die Assists und komme auch nie auf der Plant drauf. Aber da muss es wenigstens ein Win werden, sonst, äh, wird das echt richtig, richtig haarig. Und jetzt noch ein Timer und ich glaube, es geht los. Endlich mal eine gescheite Ansage. Wir stehen und werden einfach zermöbelt, einzeln, so Stück für Stück. Und des Weiteren, habe ich das absolute Glück. Wenn wir zu 500 Feind stehen, kriege ich den Headshot. Und das war's. Passt mal auf, wer ist gleich die Keule des Grauens bekommt. Komm, gehst der Planten, Alter. Bevor du verreckst. Die Mates haben sekundenlange Fights mit den Gegnern. Und bei mir macht's immer so. Achtet mal auf den Kampf jetzt. Guck mal. Ich muss schon sagen, bei sowas werde ich ein bisschen salzig. Ich weiß, eigentlich bin ich die Ruhe in Person, aber. So nicht. Wenn du jedes Mal die Fresse aufgerissen bekommst. Nice. One kill an B. No, iso, do, iso. Der Rush war das einen Läuten in der gescheite, äh, Spielgeschichte. Nicht bei Tia immer nur rumdümpeln. Also irgendwann ist das echt bescheuert. Komm, jetzt aber fast und zwar. Ganz schnell, ganz schnell, ganz schnell. Sehr gut. Planten for vents. Hä, glaub ich. Ich wusste, dass das ein Deutscher ist. Die Deutsche war undercover. Last on roof. Glaub ich. Oh, oh, oh. Stopp, 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 stopp. Stopp, random, random. Oh mein Gott. Dein Kollege hat... Nice. Alter. Ja, ich wollte gerade sagen, Purple. Monsieur, Vorsicht, Vorsicht, gell? Ey, dass wir das Draw noch geholt haben, ist echt nicht zu fassen. Das ist nicht zu fassen. Das Spiel läuft dahin, Runde für Runde. Wir verrecken einfach die ganze Zeit. Naja. Oh. Was ein räudiges Spiel. Ach, ich denke, das Video wird sehr kurz. Es waren so viele Runden, die einfach... Wir stehen da und... Oh nein, wir sind alle tot. Aus Dummheit. Aus purer Dummheit. Allein bei City schon die Mitte-Geschichte, dass wir da einfach durchkommen. Ist halt... Aber hey. Jetzt im Livestream. Kannst du ja besser laufen, hoffe ich auch. Ja, wir sehen uns dann gleich. Livestream Bambini Schwabellini. Mit Viewer Games, mit Giveaways und so weiter und so fort. Schaltet ein. 18 Uhr geht's los. Link ist in der Beschreibung und im angepinnten Kommentar. Bis gleich. Und natürlich noch ein großes Dankeschön an alle, die kommentieren und die Videos bewerten. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.